Und zurück zu Donkey Kong Country 2 Videos Conquest mit dem Flash Mit Centus, dem Nasenbär Nö Tch Hehehehe Der Asi Der Asi, jetzt fang ich damit wieder an Ja, Leben entschieden Hallo Spidey Ich hab Spidey Mhm, na klar Ja, ne Ups Warte, hätt ich He? Stirb Ach nö, ich hasse das Ich hasse das Level Das ist, ich mag das voll Das erste war kacke Das war voll einfach Ja, du hast das ja auch geschafft, du Arsch Deswegen ist das dir doch jetzt egal Also sollte es laggen, ne? Kann ich nix dafür Und sollte ich aus dem Internet fliegen, ne? Kann ich auch nix dafür Wieso? Meine Zeitspanne, es fliegt nicht mehr Viertel vor drei raus oder Viertel vor vier Es fliegt mittlerweile eine Zeitspanne von sieben bis neun raus Wieso? Weil sie sagen, weil sie noch nicht beheben können Gestörter Asi Ich hab nix dafür Doch, du kannst mir mal alles dafür Lieben, Cheater Ne Nein Aha, tschüss Tschüss, schaffst du eh nicht Ne Ach so Ach so, man muss erst und dann nach oben springen, ne? Ne, ich glaub man muss einfach nur genug töten oder so Ach so Protze Aha Ach JA Ach ja Uu Da wo du mal abgekackt bist war den ersten habe ich die erste drück so ein bisschen trägt so dass wir den nächsten habe ich auch schon nein ich habe es kriegt auch noch trotzdem nicht er schaffe ich auch nicht vielleicht darfst du abstürzen warum fährst du nicht dagegen reicht doch alter ich hab gedacht das kommt sofort kommen erst mal so weit ich muss leben schieten ich habe frankie frankie tanky zu mir sagen dass ich leben ja ja weil mich nicht damit da ist jetzt an gedacht ist tot der flash ist so behinderhaft als maulflash und warum ich eben so komisch losgelassen hatte weiß ich gar nicht das war fliegen irgendwie ja das schaffst du glaube ich letztes mal auch noch geschafft ja habe ich auch das auch noch ich hasse den wir gehst unter nein du musst fliegen weil der da genau wo die banane unten ist genau die koko ist ja das weiß ich doch du bist ein sack vielleicht alles deine schuld ne habe ich denn eigentlich bei omi zuletzt gespeichert hallo omi komm wieder mal vorbei hopp du bist ein sack so ein sack du bist ein sack gleich direkt weitermachen mal bis jetzt haben wir immer nur drei folgen sogar nicht schlimm sagts ja ich hab ja frühschicht ne naja warte dreck sack aha aha nein nein egal einmal kann ich ja noch manne ich hole mir gleich noch paar leben ich kann doch einfach laden konnte ich auch ah ne da dann hast du ja ein leben weniger aber ich gönne dir die leben ich hole mir einfach welche schlimm ist das nicht muss noch bei omi gespeichert dann ist ja alles gut ja du kannst auch schon zurückfliegen ja das ding ist so unnötig ne was den zwei kokos hier so naja ähm blub war aber knapp wieder was dass du blöd bist äh du bist wegen der warum hast du ihn ja weil das eine gerade knapp war achso ich wollte hier ne stunde machen ne wieso darum ich will kurz vor das ende doch aber ich will bis zum gegner kommen nein willst du nicht ich war doch ja genau morgen ist ostern ja komm ich mach einfach wenn ich sterbe sterbe ich ja warum ist das nicht boah du kriegst du bananen naja nicht so viele hm so viele sind das nein das ist da kein leben mehr zusammen hier doch bääh klar alter lügner aaaa ich hab die sauf vorher na komm hab mir nicht geschafft schlecht boah was war das denn eben ein komischer sprung jetzt hält er den mond komm her du dreck sack ja ja ist gut sag ich doch was warum für mich rollen ich hab den Namen immer vom letzten ja, freut der was freut der flash, beherrsch dich hallo? ja, hallo hallo flash, hallo 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 ja ist alles da, ist alles gut hallo 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 Dein Dost, willst du ihn jetzt verarschen? ja klar kannst du ihn fühlen Kopf, Kopf, Kopf wenn du Frühstück hast, dann bist du ja wieder um 2 da oder um 16 Uhr mach rein, halb 3 ja, gut dann kann man ja aufnehmen hm ja, aber nicht sofort und nicht zuhause nein, um 4 was? um 4 habe ich gesagt ich wollte gerade sagen, was ähnlich wirklich wieder kommen, wie wir das erkennen ja doch diesmal muss es so kommen ja? ja, müssen wieder aufnehmen ja, jetzt kriege ich aber nicht genug Dinger zusammen ja und mir doch egal hüah oh man das weiß ich auch nicht kann ich jetzt den ersten haben, danke das Spiel ist buggy mal ab klar klar ah du sau mal ab mal ab mal ab mal ab mal ab mal ab kacke ist das doch dddd kann man das nie weg mann